Hallo schon meine Freunde, Rainbow Six Siege, Custom Maps 5 gegen 5, wir Gewinner, die Verlierer, heute mit Kundran, die Krabbe, ähm, Freezy und den Oriboy. Hallo, Quackwack. Die Krabbe? War das ich? Nein, Krabs. Also am geilsten, was haben wir denn, Team Dev, das reicht nicht. Am geilsten wäre eigentlich, wenn wir Garage gehen. Ganz unten alles. Aber Krabs ist im Gegner-Team. Krabs ist im Gegner, da gehen wir halt Garage. Weil, ja, das bin ich jetzt eigentlich. Also, warte. Ente ist jetzt keine Krabbe. Ich war auch leichter. Ja, ich dachte Krabs wäre halt hier drin. Also dann mit Ente. Hi. Ente, 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 Ente. Guten Tag. Und dieses Mal mit dem normalen Spielmodus, nicht dem Tactical. Ach ja, stimmt, scheiße, jetzt schon, trotzdem. Ich fand Tactical schon witzig und das Einzige, was verwirrend war, war, dass man teilweise mega lange gebraucht hat. Bis du die Bombe findest, weil du die Map noch nicht so kennst. Ja gut, da muss man dann das Ding ein bisschen umschauen. Aber, ich fand's am heftigsten, dass du einfach deine Team-Hates nicht siehst. Und einfach, wenn du nicht weißt, wie wer aussieht, ist am Arsch. Ja, das finde ich ging. Das war, wie gesagt, das eine Mal, weil Manus da auf mich geschossen hat. Und dann hab ich mir gedacht, ja, entweder sterb ich oder es stirbt er, weil er mich jetzt erschießt. Und es nicht rafft. Und dann hab ich halt einmal zurückgeschossen. Als erstes Mal Glückwunsch, Fruisee. Hast kürzer geladen wie der eine da drüben. Das ist Krabs. Ich hab mich auch schon gewundert. Krabs lädt die ganze Zeit länger. Zumindest hat das eben so. Ich hab gehört, die müssen Geburtstag haben. Ja, dann kriegst du ein neuer SSD. Ach ja. Währenddessen wir warten, genieße ich den unglaublichen Dampf des Eisbonbons mit meinen neuen Elefan. Eisdick 60 Watt mit den... Wo ist die Verpackung? Hallo, Product Placement. Denk an die Brandschutztür. Was war das? Ja. Mit dem Melo 2 Tank. Subconverter. Äh. Immer. Subconverter. Nein! Außerdem ist doch wunderbar hier das Product Placement. Dadurch, dass wir so viele sind, hab ich mehr Reichweite, krieg ich mehr Geld. So. Ihr kriegt natürlich auch euren Teil ab. Ein Prozent wie im Vertrag. Stop, Freezy. Das musst du leider nochmal neu zu machen. Jo. Also ich hab vier Drohnen schon. Äh, ich hab eine. Wir haben noch vier VES. Äh, noch drei VES. Ich seh's gerade, scheiße. Kommt noch jemand wieder rein? Ja, ja, ich geh wieder raus. Okay, dann warte ich noch. Dann warte es dir noch. Achso, die Tür da schon? Ja, ja, da muss wahrscheinlich eine Auswertung. Da, 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 da. Dann musst du halt hinne machen, weil sie kommt relativ. Ich weiß, wie Freezy, du wart ja, ne? Passiv, aggressiv. Nee, nee, ist schon gut. Warte, sie kommt. Die Waffe ist so scheiße. So, da ist dicht gemacht. Sachse, bei dir geht's einer aufm Dach jetzt. Ah, ja. Sachse ist einer aufs Dach gestiegen. Nee, tut mir ein Gefallen. Niemals mit dem Kamerascan. Also die Tür gegenüber von dir ist ja schon auf, Early, ne? Aber das hast du sicherlich schon gewusst. Angehittet, ja. Jetzt ist die ganz auf. Hast du schön gemacht. Das ist ein Leckbeer? Nee, es war gewollt. Ich will, dass sie herkommt. Ja, ich will, dass es sonst geht. Signaldisruptor. Sachse, die könnten hier sein. Ich weiß nicht, in welchem Signaldisruptor irgendwas rein ist. Aber wenn die hier versucht haben, gerade was anzubringen und zu chargen, dann eventuell dort. Nein, das hätte ich gemerkt. Okay. Also hier ist alles dicht. Da kommt ein Blätterraum. Und eine Warnedrohne habe ich aber. Hinter dir, Early. Direkt hinter dir. Geh weg, geh weg, geh weg. Scheiße, das kam zu spät, die Info. Ich kam nicht so schnell aus der Kamera raus. Das Ding kam direkt, Leute, das anfing. Ich habe auch nicht gecheckt, was du meintest. Alter. Blackbeard. Alla Dalu. Nee. Dalu spielt ein. Der Blackbeard ist nur noch vor der Tür. Prevent further access to the biohazard container. Mhm. Falls du dir in meiner Nähe niederschießt. Die Fletch hängt hinter der Werkbank. Das ist Dalu. Der hängt hinter dem Ding. Ich markier ihn einmal kurz. Perfekt, ja! Ah, fuck. Er braucht es laufen. Okay, Liquid. Ganz ruhig bleiben. Schön, 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 schön. An der Tür hängt ein Blackbeard. Mist. Blackbeard kommt rein. Nice. Es geht es. Jetzt ist irgendwas drin. Kunran hinter dir. Kunran, hinter dir. Kunran, ich gebe dir die Kameradeckung. Blackbeard kommt wieder rein. Blackbeard, kommt, kommt, kommt. Kunran, ich sage dir, wenn da was kommt. Wir müssen jetzt rein. Liquid unter dir kommt sofort an. Das letzte Gegner ist da, wo er aufgesprengt wurde. Links davon, links, links. Er ist jetzt voll. Er kommt rein. Er kommt rein. Ich weiß. Oh, schön. Garage habe ich abgeschlossen, habe ich die. Heißt du, dadurch, dass sie durch die Cam wussten, dass ich da hängt, haben die extra Termite aufgemacht. Fuck it. Fuck it. Voll so nervös. Du hast einfach ein bisschen zu lange rausgezögert noch. Was? Ich habe gesagt, du hast ein bisschen zu lange noch in der Kamera geguckt, weil ich hatte es direkt gesagt. Ja, ich habe aber nicht realisiert. Ja, das habe ich gemerkt. Du hast einfach nur gesagt, hinter dir, hinter dir. Und ich muss selber überlegen, Moment, was soll denn hinter mir sein? Hinter mir ist doch eine Wand. Jetzt sagen müssen, dass die Auftürme halten hinter mir. Das hätte zu lange gedauert. Ja, vor allem, ich habe gedacht, das hörst du trotzdem. Nein, nein. Hinter dir hat Termite eine Ladung angebracht. Early, hinter dir schlägt eine F-20 Streckenrakete ein. Vor allem, Early, hinter dir. Hinter dir geht auf. Mit so einer Info kann ich was anfangen. Ja, aber Early, hinter dir, das heißt, da passiert irgendwas, was dich zu interessieren hat. Ich dachte, ich war überlegen, was du meinst. Check. So, wir haben wieder warten. Ne, schade. Du kannst doch nicht sofort aus der Kamera raus. Ne, vor allem, ich wusste ja nicht, dass du in der Kamera bist. Du hast ja nur gesagt, dass du auf die Tür geguckt hast, dass die reinkommen. Wenn ich parkiere, bin ich nicht dauerhaft in der Kamera. So, Garage ist nix, ich check unten ab. Röderraum ist auch nix. Ich bin ganz unten. Nein, die sind unten im Keller. Arsenal. Arsenal. Ja. Die haben einmal die Vergewalt... Das ist jetzt schon beinahe gesagt. Die Verhör, Alter. Da geht er, da geht er steil. Markiert mal die Scheiße hier. Aber Leute, doch nicht mit meiner Kamera. Hallo. Seid ihr bekloppt? Irgendjene spukt oben rum. Ja, okay. Die ist auch wieder runtergegangen. Die hat scheinbar nur eine Kamera angemacht. Gut, dann markieren wir halt nicht. Ihr müsst die Leute nicht markieren, damit die angezeigt werden, welche Rolle die spielen. Okay, ich wollte eigentlich nur, Dankeschön. Kein Problem. Das markieren regt nicht außer Punkte. Loading Numac. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in der Küche eher noch ist. Aber ich wirf Banale rein. Nee, das war der Ambrust. Das war die normale Kamera. Die 6, bitte. Danke. Wir könnten hier durch den Tunnel gehen. In der Küche ist nicht verstärkt. In der Küche ist auch nix. Ich check mal die unter, die Nebenräume da. Ich hab oben, ich oben, ich oben. Ich hab die letzte Kamera außen noch aufgestalten. Bar, sehe ich auf die Schnelle hoch nix. Die Triampe hoch. Le Momento. Küche ist play, clear? Ja, Küche ist clear. Oben bis zur ersten Hälfte ist auch nix. Und unten bis zur ersten Hälfte ist, nee, unten bis zum Gang ist auch nix. Geh mal weiter, ich will jetzt ein Dropper hier. Da hielt gar kein Dropper in der Küche. Yes. Äh, hier ist ein Dropper. Ach doch. Ja. Friendly Fire? Ja, 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 ja. 7%. Fuck, von unten. Hat er mich gewohnt. Dalo ist als Ding ins Unterwegsseil. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ist dann. Wow. Flick direkt neben dir außen, sagst du. Okay. Vorsicht an der Treppe, da ist Dalo unterwegs. Ich stand eigentlich noch oben, aber und wollte gerade mein Seil anbringen und irgendwie hat's nicht über die Kante gerutscht, warum auch immer. Ah, ja. Treppe ist Dalo unterwegs, passt auf. Dalo ist down. Dalo ist doch tot. Dalo ist schon längst tot. Oh. Der hat dich erschossen, ich hab ihn erschossen. Ne, du hast ihn gemestert. Ich spinne tot. Unten direkt in der Luke liegt in der. Wenn du die Luke runter gehörst. Ja, minimal geisteskrank, aber gute Idee. Geisteskrank, aber gut. Okay. 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 Jawohl. Freezy down. Und durchfusen. Dingquid, hast du Granaten? Ähm. Der ist unter dir durch. Habe ich nicht. Genau da unten ist einer. Andere Seite. Check weiter. Über drei geguckt halt von der anderen. Da müssen wir's machen. Geht durch den Dropper. Geht durch den Dropper. Ja, neben hoch noch 4er. Schieß. Fünf. Vier. Hinter dir. Ich konnte noch nicht schießen. Da am Runterspringen. Und Craps hat aber auch da hinten Maru noch durchgeballert. Ja, ja, ja. Da lebt noch zwei. Ja, ja. Ich konnte leider nicht schießen. Ich wusste ja, wo Craps herkommt, als du runtergesprungen bist. Hätte sogar was werden können, aber... Jetzt haben wir ein blömisches Bild. Ja, ich wollte halt von draußen einmal. Er hat angehittet. Lass mal auch Keller gehen. Ich hab noch ein schwarzes Bild. Oh, das ist nicht gut. Nö. Du bist auch hier in der Auswahl nicht mehr drin. Du bist rausgeflogen. Ah, okay. Das stimmt. Oh nein, ein Absturz. Ist immer schön, wie sie das schreiben. Neu, denk ich, oder? Jaja. Na, vielleicht kann der noch reinscheinen. I don't know. Gucken wir so mal. Leider kann man nicht schreiben, ne? Äh. Ja doch, aber wenn du... Richtig, 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 richtig. Deswegen. So kombiniert. Das kombiniert. Einladen, irgendwie? Ne, Casual Khan. Achso, das... Ich versuch einfach mal zu joinen. Vielleicht ist der ja öffentlich sichtbar. Wenn nicht, versuch mich mal zu lauten. Ja, oder was ich hier denn mein... Erstmal muss er Rambo neu starten. Hab ich auf jeden Fall mal eingeladen. Juhu. Ja. Ich finde es schön, dass sie das so schreiben. Oh nein, ein Absturz. Mit Ausruf jetzt. Oh mein Gott. Da ist wohl etwas schief gegangen. Westen stehen. Dalu Card hat dich eingeladen. Dalu Card hat dich eingeladen. Jo, danke. In der Einleitung reicht mir. Ja. Maxi McFly hat mich eingeladen. Danke. Wieder join? Please wait. Wir connecten erstmal zu der Rainbow Six Siege Server. Sollen wir dich einladen nochmal? Ne, passt schon. Connecte ich. Ich habe ja mittlerweile vier Einladungen. Jo, das sind meine Challenges. Mal Investigation. Ich nehme einfach mal die von Dado ein. Will ich noch eine Vesta? Ah ja. Ah, nice. Ich krieg jetzt zwar die eine Runde, aber... Wir können die Westen auch eigentlich die Gegner nehmen, wenn wir die irgendwo entgegen lassen. Ja. Warum haben wir die Tür... Warum... Wat? Wat? Warum haben wir hinten die Tür offen? Die hatte ich zugemacht eigentlich. Die habe ich aufgemacht, weil ich da drüber war. Ich habe da hinten... Hinten habe ich dich gemacht. Ich habe eine Drohne. So, dann wollen wir mal. Ich habe eine Drohne. Drohne drin. Hast du die Drohne? Ja. Ich habe die Drohne. Ja. Draußen gammeln noch zwei rum Richtung Garage. Da kommen welche über den Containereingang. Zwei Leute. Also da hinten oder was? Ja. Okay. Termite und Dingens. Blackbeard. Sachse, gib mir mal die Kamera bitte. Pass auf, Reezy. Die hört nicht, dass die da stehen, ne? So, ja. Die kommen ja von da hinten dann. Einer strapstelt um... Ne, Blackbeard kommt jetzt von Garage. Ist runtergesprungen. Das war Blackbeard Shit. Blackbeard kommt jetzt von der Garage von hinten und Ash scheinbar auch. Kann einer ja die Tür aufmachen? Reezy, kannst du die Tür bei dir aufmachen? Ne, Ash straks halt nach oben rum zwischen Bahnen. Nein. Ja. Aufm Ohr. Schön. Schön. Blackbeard ist... Ja, genau. Blackbeard ist angeschossen. Ne, liegt aber nicht aufm Boden. Ne, da zieht's... Ich wurde von oben erschossen. Okay, von oben alles klar. Blackbeard geht weiter Richtung vorne. Ne. Zeig dich nicht. Sorgt mal dafür, dass Blackbeard zurücklaufen muss. Hinter mir. Genau deswegen, ja. Blackbeard hat's hingelegt. Ne, der war ja schon direkt zurück hier. Blackbeard geht jetzt rechts an die Wand. Early, Early schießt durch die Wand. Schießt durch die Wand. Ja, genau. Nochmal, nochmal. Ja. Okay. Freeza halt noch durch. Ja, Liquid. Hinter mir kommt was. Ich hör Steps. Ist runtergesprungen, ist drin. Ash bei Freezy. Ja, bei mir. Die letzte. Die ist genau über mir an meiner Seite. Ist nicht die letzte. Ash bei Freezy. Abisch. Ja, da kommt noch einer. Ein Tod. Der steht genau hinter mir. Sledge. Maru. Liquid geht nicht vercampen. Wir markieren. Können daran nur in die Richtung gucken. Ja. Da ist er. Nice. Schön. Haben wir einen Kopf. Wovon habe ich eigentlich so viele Punkte? Weißt du es einer? Ähm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht für deine Drohnen oder sowas. Weil die relativ viel gesehen haben. Ach stimmt. Stimmt. Aber nicht so viel Import Sales. Ich denke das reicht für dich. Er hört eine Krippe. Lass sich jetzt so anfangen. Ok. ina Es gibt dann. Verringen dazu. Welche Besingen haben wir zu wissen? fragen dazu hat das ganze wird auf 40 watt betrieben bei einer temperatur von 250 grad ein krasses teil das müsst ihr auf der gc sehen das ist ich hatte ja jetzt schon so leicht fortgeschritten hat schon gedacht alter das ist eine geile dampfentwicklung aber das kann sich in die disco stellen oder ganz ihre apple maschine weg machen das krass hat ein durchmesser von glaube fast drei zenten metern das war das wahnsinn da sagst du die wandelnde raufmaschine qualmmaschine ist auch krass also geht bis auf 6 watt bis auf 280 grad oder so was machst du mit deiner alten die ball ist noch als ersatz die kann ich dir leider aber auch nicht geben weil die ist schon so alt und oxidiert teilweise ja ne ist halt die an der dieser klinik da ist halt die edelstahl in das wasser alles ab ist so eine kratze geil ich wollte es nicht haben aber nur fragen was du damit machst oh ja wenn hat eine mutige bürzelt also noch eine aus der jene kann das nicht so ganz entscheiden die haben auf jeden fall bürzelt den letzten ab schon nicht gesehen ich würde nicht wieder genauso spielen wie letztes mal das werden diesmal vorbereitet sein weil diesmal war letztes mal war ja nur daloo da gewesen kunden hat schocken dallo ist hier unterwegs küche ok kreppenhauf oben ist er ja hier läuft was rum randy ok küche ist eine stolpermatte sind zwei stolpermatten und sonst sauber ich check das mal ja die ist in den wenn du oben reingehst ne in diesem vorraum da im endeffekt die treppe hoch die treppe hoch und dann den raum links der linkse der linkse oh leute dahint fuck da wo ich markiert hab in die richtung mhm wo war das da? vom hauptraum aus vom saal aus breezy da kannst du rein breezy da kannst du rein ok so treppe oben ist daloo und links im raum links umdrehen und dann da hinten in der ecke ok wie genau das breezy weiter kannst du weiter 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 da ist alles safe ja hier ist alles safe ok ja andere richtung hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir da ist er noch ja wenn du gerade ausgehst weiter jetzt links links hinten hinten in der ecke da wo du den bogen siehst da hinten ist was auf da pass auf da genau da ist auch einer da hat gerade einer was aufgemacht ja ziel ein stück höher geht da nur hin da hat meine drohne daloo ist tatsächlich noch oben rechtswort was ich mach bei dir da ist einer muss ihn gelaufen sehen frost war das rossi contra die kommt zu dir bin angeschossen und bin tot hat jemand nicht die kische beobachtet daloo ist kische drin tot und daloo weiß eure position daloo weiß eure position dann ist er nicht in der küche wir öffnen granaten runter wenn der katz die kutz hab ich nicht mit dem charakter leider oh gott wir müssen hin vierzehn zehn ja ich hab die falle gesehen aber er ist in der luft geradeaus wohl erinnern und da waren 2 leute glaube ich geradeaus wohl erinnern das war perfekt gedeppt irgendwo in der ecke ne war doch nur einer problem ist das müssen wir wieder angreifen das haben wir verloren gut erkennt ne wir müssen verteidigen ach das ist doch random ach ach da ist sie ja das entscheidet sich random geht doch sowieso bis vier nein wer drei runden gewann hat dem gingst du auch bis vier nein vier runden jetzt nein das war ja custom maps das ähnelt rank und das ist casual das ist ne drei jetzt gewinnt rank ist rank ist vier gewinnt oder zwei im vorteil ja aber doch wieder arsenal oder nicht ja ja wir haben jetzt gewinnt warum habt ihr ba warum das kriegen wir nicht gedefft leute das war echt nicht gut wir sind tot die kommen von allen seiten rein wir machen das ja nicht so wir haben es von mute naja die haben wir auch immer arsenal genommen ja natürlich aber wir müssen ja nicht irgendwie achtmal arsenal spielen hanserecht hanserecht wir wollen ja gewinnen ja machen wir auch da jetzt dann hätten wir irgendwie ins schlafzimmer nehmen können ja aber wir machen die bahn also laufen wir die auch in der tisch ist alles gut ah die falschen eingänge sind wir sind fünf leute ja ja early kannst du nicht so schnell reagieren ja der fleck der fliegt nach links der fliegt nach rechts und dann sind sie alle top und bei grunnern hat auch nicht zu funktionieren bei einem kill ah nur ein ja barricade the room we need to protect the biohazard containers best verstehen sehr einfach nicht aber ich nur dass die mich nicht färben und sie haben mich gescabelt 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 sie haben mich gescabelt nur der früge die die auf den gang Fuck, mit der Kamera seh ich ja gar nix. Hier bei uns läuft was. Ich glaub, hab ich gehört. Ich wurde gespottet, wir haben irgendwo ne Kamera hier drin. Was nicht gut ist. Oh, die ist direkt hinter mir. Fuck. Oh, der fuck, der ist sogar down gewesen. Overextende nicht. Geh weg early, geh weg. Na schön, ein Kill haben wir doch. Beide sind noch outside, die kommen jetzt zur Haupttür. Boah, der Manus, ey. Hat nur noch Hälfte. Zwei Leute sind down, Leute. Ich markier. Ah, ist nicht down, einer ist nur down. Sledge ist oben auf dem Dach. Der hat mich grad geholt. Einer steht an der Haupttür. Vorsicht, kommt ne Blend. Ah, was? Komm rein. Ich hab den doch mega getroffen. Der hat nichts mehr. Sledge, Dalu kommt hinten bei dem Fenster, was offen ist. Bei dem Billardtisch. Wenn du eine Granate hast, wirf eine Granate. Das sind zwei Stück. Das ist einfach lächerlich. Ich kann nicht mit der Entscheidung spielen. Ich bin nicht. Ich bin einfach auf extrem hoch. Ich seh nichts dann. Ich hab einfach viel zu viele Partikel. Hä? Wir sind ja immer noch bei Custom Maps. Wir spielen ja gar nicht normal Casual. Ich wollte eben nichts sagen. Ihr wart ja so fest davon überzeugt. Jetzt hab ich gecheckt, was du meintest. Ich dachte, weil wir das eben auch hatten. Aber wir hatten zwei im Vorteil. Deswegen haben wir auch gewonnen. Ich dachte, wir spielen normal Casual. Wird wieder also da sein. Oder so. Kannst du oft hintereinander auswählen? Wird das nicht irgendwann gesperrt? Im Casual? Ne, wenn du das offiziell eingenommen hast oder gedeppt hast, dann wird das gespart von der Runde. So. Wir haben sie doch. Ja. Ne, das erste Mal hatten wir die Runde geholt. Stimmt. Aber stimmt, das zweite Mal hatten wir sie dort geboren. Theoretisch könnten sie das jetzt nicht mehr wählen. Theoretisch. Theoretisch. Hör mal die Frage an euch. Ist eine Ente ein Vogel oder ein Tier? Ach, Tier auf jeden Fall. Der Biolehrer hat unsere Mädels immer noch auf den Arsch geguckt. Was? War das nicht Bio? Tiere. Ah ne, warte. Die hatten die erste Runde auch verteidigt. Das heißt, wir können sie mehrmals auswählen. Naja, einfach mal abchecken. Naja, einfach mal abchecken. Skriptclips sind sie schon mal ne. Von dran. Schlafzimmer, schlafzimmer. Sollte mich auf starke Runde. Ist Matthias. Hallo. Hallo. Nice to sound. The Biohazard Container has been located. Flippslipin. Schf. Sommarjana. Dommarjana. Neben die Leute. Wo stehst du denn du, Kontron? Neben. Keine Bombe drüber, malerweise. Keine Bombe drüber. Vorsicht Leute! Ja die Ausflussstrategie machen wir ja nicht. Da gegebenenfalls öfters. Und dann verließen sie ihn auch schon wieder. Oh Sachse ich hab dir das Ding in der Arsch geschoben. So schön. Stehst du drauf. Achtet erstmal auf die Volkürkameras. Eigentlich hätten wir hinterher sein müssen. Kundran Öhrlich macht ja auch. Pass auf. Naja. Geht eindeutig an. Raum ist clear. Raum ist clear wie gesagt. Der Manus. Verstand da bitte? An ne Treppe. Drinnen. Oben. Hat weniger als die Hälfte. Hinten in der Ecke. Er stirbt einfach nicht. Was soll ich da denn noch hinschießen? Rechts hinten in der Ecke. Der ist nicht. Oh. Hatten wir einen Sch... Danke Ördi. Ördi hat mir einen S. Achtung ne anderes Fenster. Achtung ne anderes Fenster. Staltung. Da du dieser Wur. Ein Bug. Ich darf das. Der schlägt hinten ne? Achso ne das kann sein. Nothing EMP Grenade. Dallu wird mich die ganze Zeit ansagen. Deswegen stepp ich hier weiter. Der hat irgendwo noch aufgemacht. Ach ne das warst du. Kann ich hier drin? Du? Ich würde ja mal kurz noch nicht drinnen einschicken oder? An sicheren Plätzchen. Halt doch besser hoch. Ich hab mir mal ein schwarzes Auge zerstört. Hm. 35. 25. 25. Das war eklig gut. 20. Oh die sind zwei Leute an der Treppe. 15 Sekunden remaining. Wir müssen rein. Wir müssen rein. Kannst du hier die Tür links neben mir die Wand aufman? Ach. Da hinten am Schild ja. Baloo's down. Ja lauf auf gerade in am Schild. In am Schild. Oh Maru's Tripp. In am Schild. Aaaaaaaaaah. Schade. Handycrabser. Mann. Das Maximum in am Schild. Fuck, war das knapp, war das knapp War aber ne schöne Runde War schön, ja Er hat alt geleitet Achso, joa Trotz allem hast du ihm da lassen, ne Und wir sehen uns dann bei der anderen vorbeischauen Alles verlegen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Tschüss